Untertitelung. BR 2018 Hallo meine Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem erneuten Video hier auf meinem Channel. Ich nehme das Intro gerade um 8 Uhr auf. Es ist das erste Mal, dass ich Samstag um 8 Uhr aufstehe. Fühlt sich super gut an irgendwie. Ich weiß nicht warum. Aber ja, heute stelle ich euch die AK-47V in Warzone. Es ist wirklich, ich würde sagen, echt tatsächlich gerade die Sturmgewehr-Meta. Also für mich auf jeden Fall, aber auch für andere eine größere Streamer und Content Creator ist das zur Zeit die Meta. Und ja, ich würde sagen, viel Spaß mit den Highlights. Macht euch selbst davon. Ein Einblick, ob die AK-47 die Meta ist. Ja, Kurs Digger. Abonnieren, liken nicht vergessen. Kann ich noch finischen oder einfach rein? Nein, gut, gut. Das ist gut, das ist gut. Von der Seite, von der Seite. Oh, ich habe einen Simo-Scrash, ich gehe. 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 Oh Let's go 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 Let's go